So, Leute, jetzt nur Wins. Wie ist die Lage, Leute? Ich hoffe gut. Wohnnachzahlen hat mich so hart rengenommen. Ich brauche Urlaub. Alter, ich musste letztens auch krass nachzahlen. Scheiß Strom, ey. Warum ist nicht einfach alles gratis im Leben? Das wäre geil. So wie Twitch Prime. Ich will heute nur Wins, Leute. Wir wollen jetzt 200 Punkte wieder angehen. Ich würde gerne ein bisschen Richtung Tryhard gehen. Dann muss ich aber das Pike-Spiel, glaube ich, wieder sein lassen. Mal gucken. Der Trash-Fleger ist natürlich sehr eklig. Ich bin mir bei sowas immer nicht sicher, ob man da lieber für den Boot beigehen sollte oder den Dirk. Weil Dirk ist halt schon viel Damage, ne? Und dann Reset. Oh, so close. Rekt. So, der Cell ist ja so f***ig. So, der hat sich grad selber getötet, der Trash, oder? Mit dem Flay. Was passiert in diesem Game, Alter? Okay, ich bin ein bisschen gefiedelt, ne? Junge, MF-Damage ist so krank, ne? Oh, es wird Zeit für die West-Zeit-Überraschung, Leute. West-Zeit-Überraschung. Die West-Zeit-Überraschung. West-Zeit-Überraschung gelungen. Aber leider mit Opfer. Gar nicht so worth, wa? Dicke Shutdown. Aber einfach, einfach aus Prinzip, oder? Das wäre Zeit für die West-Zeit-Überraschung gewesen, glaube ich. Game, MF ist so dumm. Oh, s***. Das war nicht so gut. Jo, genau. Junge, der Schaden. Oh mein Gott, das wäre so sexy gewesen. Alter. Och man, gönn mir doch den geilen Kill, Aphelios, ey. Ach man. Ich hasse Dashes. Ich habe aber nicht reingehen dürfen. Oh, den Mid-Turm. So, kein Tempo auf, äh, Plague jetzt hier verlieren. Aber ich gehe mal Edge of Night gegen, ganzen Catches von denen. Oh lol, das war ja die unsere Diana. Ich hätte gar nicht Flaschen müssen. Oh no. Ich habe gar nicht mehr Trash-Gameplay. Ha, spielen wir ab und zu mal, aber. Trash ist halt echt ein bisschen scheiße momentan. Muss viel mehr machen, als mit einer Nami oder so, um zu gewinnen. Dann mache ich eine Playlist mit Agami und dann ist das die Lifestyle-Getränke-Playlist. Vielleicht bei ihr, du willst gut kommen, oder? Lässt es ab zum Kleinen, ist der denn hier noch ein bisschen spielst. Excuse me. So, Freunde. Oh, na los. Alles klar. Zack. Aua. Ja, ist der Fluch des Pyke Awesome. Muss nur schief angeguckt werden und fällst um. Nein. Ah, der Giga-Int. Insgeil ist, dass ich den Level 16 Gangplank einfach one-shotte. Nice, so du. Ah, ein schönes Pyke immer wieder. Einen Flash da in 30.000 Leute hat ja keiner gesehen. So, und heute geht es nur so weiter. Ach, Leute. Huh. Der war fast Full-80, ne? Geil. Oh, dann haben sie einmal den Nocturl angegriffen. Oh, no. Oh, nice. Lauft schon, lauf. Ah. Nehmen wir. Cool, top lane. Es scheint ja auch wieder viel Spaß zu haben, jetzt da hin. Geil ist, dass er trotzdem used to sein wird. Nehmen wir. Let's run, nil. 5-0, 3 Minuten, cool. 6-0. 6-1. So, look you, was ist das, alter? Ja, tot. Truntler-Teilbreaker, 6. Minute. Chillig. Sehr beruhig, schüttelt er. Oh, was? Was? Das war's ja überhaupt nicht. Der war Shutdown wert? Die Pflänze für ihn nehmen können. Die Nocturl ist ja auch froh, das ist stark, wa? Oh, lol. Ich hab den Geist gar nicht gesehen. Oh, Mann. Oh, Junge, ist das ein langweiliges Game, ey. Boah. Junge, ihr seid, alter. Boah, ich hab keinen Bock mehr, alter. Ey, das ist so ein Drecksgame. Bitte jetzt hier die Kamera. Gönn. Dankeschön, den brauchte ich. Ja, Truntler, wir hauen ja schon wieder ab. Entspann dich. Zack. Go Truntler. Go Truntler. Go Truntler. Ja, Nummer eins. Könnt ihr den Penta, komm. Hast du die verdient, mein Junge. Aber wenn ist unfair. Ben zählt nicht. Die nehm ich mir mit. Die nehm ich mir mit. Tunnel, are you okay dahinten? Tunnel, are you okay dahinten? Wer ist jetzt schon Nexus? Ja, wir nicht, aber der Tunnel. Tunnel spielt sein eigenes Game da oben. Oh, die BAM muss sterben. Nice. Oh, was ein Game, ey. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Vielen Dank.